Das haben wir gerade erfahren und wir werden es als Erste mitteilen. Direkt von den Olympischen Spielen direkt zur SGE. Aber bevor ich es dir erzähle, wenn du ein echter Fan bist, überprüfe, ob du schon den Kanal abonniert hast und aktiviere die Glocke, um immer über alle Neuigkeiten informiert zu sein. Joris Schotar, derzeit ein Star bei den Olympischen Spielen, könnte die nächste Verstärkung für das Mittelfeld von Eintracht Frankfurt sein, da der Verein nach einem Ersatz für Sebastian Rohde sucht. Der 22-jährige Spieler, der für den HSC Montpellier spielt, hat großes Interesse geweckt und wird als potenzieller Nachfolger angesehen. Schotar, der noch bis zweitaus N26 einen Vertrag mit Montpellier hat, steht im Rampenlicht aufgrund seiner Leistungen bei den Olympischen Spielen in Paris, wo er versucht, Gold für Frankreich zu gewinnen. Allerdings steht der französische Verein vor finanziellen Schwierigkeiten und muss durch Transfer erhebliche Einnahmen erzielen, was Schotar zu einem attraktiven Ziel auf dem Markt macht. Laut der LR-Keeper fordert Montpellier etwa 20 Millionen Euro für den Transfer von Schotar, obwohl sein aktueller Marktwert auf 10 Millionen Euro geschätzt wird. Die prekäre finanzielle Lage der Liga 1, verschärft durch einen weniger lukrativen Fernsehvertrag als erwartet, zwingt viele Vereine, ihre Talente zu verkaufen, einschließlich Montpellier. Neben Eintracht Frankfurt haben auch andere Bundesliga-Vereine wie VfL Wolfsburg, FC Augsburg, SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach Interesse an Schotar gezeigt. Besonders Mönchengladbach hatte vor einem Jahr schon eine Verzlichtung des Spielers in Betracht gezogen und scheint nun bereit, einen neuen Vorstoß zu unternehmen, obwohl Eintracht im Rennen ist. Schotar wäre eine wertvolle Ergänzung für Eintracht Frankfurt und würde Ballbesitzfähigkeiten, Spielübersicht und taktisches Verständnis mitbringen, Qualitäten, die ihn zu einem geeigneten Ersatz für den ehemaligen Kapitän Sebastian Rohde machen würden, der am Ende der letzten Saison seine Karriere beendet hat. Adlerträger, sag mir in den Kommentaren. Würdest du Joris Schotar gerne in unserem Team sehen? Ja oder nein? Vergiss nicht ein Like dazulassen, um Unterstützung für den Verein zu zeigen und abonniere den Kanal, indem du die Glocke aktivierst, um benachrichtigt zu werden, sobald ein neues Update-Video erscheint. Ich warte auf dich im nächsten Video.